Oh mein Gott, Leute, ich habe ganz normal Brookhaven gespielt, bis ich eine Flasche gefunden habe, die mich unsichtbar macht. Ich habe diese benutzt, um Leute zu spionieren. Was dabei passiert ist, geht selbst. Lass einfach klauen. Klauen? Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Die klauen jetzt einfach nur mal? Was wirst du dazu sagen, wenn ich jetzt einfach nur diese Tür hier zumache? Bam! Hä? Hey, komm mal her! Lass mal ins Kino. Äh, ja, okay. Aber ich hab jetzt Angst. Aber das war doch nicht alles. Die Story wurde noch verrückter. Oh, mich ruft jemand an. Ich muss raus, Mary. Aber Ben! Ja, Baby. Ich komme gleich zu dir. Ja, bin gleich da. Oh mein Gott. Warte mal, kann das wirklich sein? Bitte was? Ben bedrückt seine Freundin? Das ganze Video seht ihr unten in den Kommentaren.